Nein, Schatz, ich kann jetzt nicht. Ich weiß nicht, wir haben seit drei Monaten hier keine neuen Kundenaufträge reinbekommen. Ich muss erst mal suchen, ja. Kommt einfach nichts rein. Seit drei Monaten. Kein einziges Webdesignprojekt gemacht, kein Kundenauftrag. Verstehe ich nicht. Ich habe mich spitz zu positioniert, richtig, richtig spitz. Spezialisten, Webflow-Umsetzung, Design sogar gestrichen. Seit drei Monaten kein Kundenauftrag. Das mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch. Was kann das sein? Lass uns reinschauen. Spaß beiseite. Ich wollte heute einfach mal eine Fortsetzung und ein paar Einblicke geben. In die ersten drei Monate jetzt zum Thema eben neue Positionierung. Speziell jetzt auf die Webflow, auf die reine Webflow-Umsetzung. Und das ist was, das habe ich ja im Juli angekündigt, dass ich das Design quasi auch nicht mehr anbieten will meinen Kunden, sondern mich hier wirklich auf Webflow fokussiere. Und wir können uns das nochmal anschauen im Screenshare. Das kam auch ganz gut an. Also ihr habt euch eigentlich dafür auch für mich gefreut. Und ich habe dafür extra nochmal eine High-End-Webflow-Website-Service-Seite erstellt, um alles nochmal zu demonstrieren, warum ich hier ein Webflow-Experte bin. Und trotzdem, muss ich sagen, sind in den letzten, ich meine, jetzt waren es drei Monate, Juli, jetzt August, September, Oktober, also das war so 17. Juli, habe ich das rausgehauen. Trotzdem sind seitdem nur vier Projektanfragen reingekommen. Und darüber muss ich hier heute einfach mal so ein bisschen sprechen. Passend zu dem Thema gibt es aber einen Weg, den ich dir jetzt mal ein bisschen erzählen möchte, den ich auch persönlich bevorzuge, den man aber auch erst reinwachsen muss. Das geht nicht von Anfang an, wenn du dich als Webdesigner selbstständig machst. Da musst du erst gewissermaßen einen Kundenstamm auch mal abgearbeitet haben, um auch einen Geldpuffer einfach auch beiseite gelegt zu haben. Bevorzugt eben so ein halbes Jahr, dass du dich irgendwie selbst auszahlen könntest mit deinem gewissen Gehalt, was du dir monatlich selbst überweist. Und das heißt, es geht nicht von Anfang an. Aber es ist trotzdem eine Denkweise, die wichtig ist in unserem Business, finde ich. Überlege jetzt einfach mal. Und das spielt ein bisschen in das Thema rein, was ja heute auch eben das betrifft. Ja, ich habe drei Monate, habe quasi drei Projektanfragen. Was machst du? Also, willst du lieber zehn Monate jeden Monat ein Projekt jetzt für, sagen wir mal, 2000, sagen wir mal 3000 Euro machen, ja? Oder willst du lieber zehn Monate lang versuchen, einfach mal einen 30.000-Euro-Kunden zu bekommen? So, könntest du das? Weil du könntest natürlich auch zehn Monate lang stressig 3000 Euro Kunden jeden Monat abarbeiten. Und ich weiß, viele sind auf diesem Level, 3.000, 4.000 Euro. Ja, und wenn du da jetzt, sage ich mal, ein Ziel hast, auch mal auf die 30 zu kommen, ist es natürlich unheimlich anstrengend, jeden Monat solche Kunden abzuwickeln. Ja, und da einfach mal zu sagen, okay, weißt du was, ich vertraue da drauf, die Qualität, die reicht aus, ich kann das und ich glaube auch, dass es Kunden gibt, die ich erreichen kann, die ich finden kann. Und einfach da mal, sage ich mal, das auszuharren und nicht weiche Knie zu bekommen. Und das ist schwierig, aber es ist stressfreier. Also du kannst ja genauso sagen, gut, ja, ich mache gerne diese 3000 kleinen Euro-Projekte und vielleicht sind sie gar nicht so stressig und aufwendig für dich. Aber ich habe für mich ab einem bestimmten Tag, ab einem bestimmten Level entschieden, dass ich lieber eben genau das, diese vier, fünf Monate einfach mal nichts annehme. Und dann kommt aber ein Hammer mal rein und der bringt mir eben einen richtig guten Betrag mit rein und macht dann die ganzen letzten Monate wieder gut. Das heißt natürlich, dass in den Monaten vielleicht auch bei dir dann nicht so viel reinkommt. Vielleicht ein paar Bestandskunden, irgendwelche kleinen Aufträge, die man irgendwie noch nebenher abwickelt, aber nicht wirklich dieses komplette neue Webdesign-Projekt. Das kann eben gut sein und deswegen sage ich genau, du brauchst diese Art von Puffer, den man eben so ein bisschen nebenher ansammelt, je mehr Jahre man als Webdesigner arbeitet. Und für mich ist es eben so, dass ich mich gerade eh mehr auf meinen Content sozusagen fokussieren möchte und dann kommt mir das zugute, dass ich genau jetzt wieder diese vier, fünf Monate wahrscheinlich warte und irgendwann, ich schätze mal so im neuen Jahr, Anfang nächsten Jahres, also 2024, da kommen immer wieder einige neue Projektanfragen rein von Unternehmen, weil sie sich irgendwie für das Jahr wieder neue Sachen vornehmen und da steht dann die Website vielleicht mit auf dem Plan und da denke ich, wird wieder was reinkommen, was sehr interessant für mich sein wird. Und für mich ist das kein Problem mehr, quasi diese Zeit einfach mal abzuwarten, einfach mal auszuharren, einfach mal durchzuatmen, auch auf meine eigenen Projekte sich zu fokussieren, ja. Eine wichtige Sache, die du nicht machen darfst, ist in der Zeit dann zu sagen, gut, es kommt nichts rein, dann habe ich wahrscheinlich frei, oder? Weil wenn keine Projektanfragen reinkommen, habe ich ja frei. Sondern in der Zeit genau das Gegenteil machen, ja, richtig hart an deinen eigenen Sachen arbeiten, einfach mal ein eigenes Nebenprojekt auch launchen, ja. Einfach sowas, irgendwie eine eigene Website mal bauen, richtig einfach mal ein bisschen rumspielen mit Spline, mit Webflow, einfach mal eine Demo machen, einfach mal was auf dein Portfolio hauen, und was irgendwie gar kein Kundenauftrag ist, da gibt es Unmengen an Zeug, und es ist quasi ein Geschenk, wenn auch mal eine Lücke da ist, genau solchen Sachen sich zuzuwenden. Da brauchst du einfach nur ein bisschen Motivation, und die Motivation sollte sein, dass eben genau das dir helfen könnte, deinen nächsten Kunden eben zu bekommen. Und bei mir war das so, also alle Nebenprojekte, die ich gemacht habe, haben mir geholfen, besser zahlende Kunden zu bekommen, und das ist einfach was, was ich dir weitergeben möchte. Denk mal drüber nach, willst du, ja, lieber 10 Monate vielleicht ein 3.000-Euro-Projekt jeden Monat abwickeln, oder willst du einfach mal 10 Monate versuchen, ein 30.000-Euro-Kunden zu bekommen. Und 10 Monate, ich meine, das ist fast ein ganzes Jahr. Überleg mal, wenn du jetzt ein ganzes Jahr Zeit hättest, wirklich jeden Monat zu versuchen, so ein richtig größeres Unternehmen zu bekommen, diesen Wert, den Nutzen in der Website auch wirklich sieht und auch braucht, und diesen Kunden eben dann an Land zu ziehen. Überleg mal, wenn du so lange Zeit hättest, würdest du das schaffen? Aber was meine ich jetzt damit? Also keine Projektanfrage seit drei Monaten stimmt ja nicht. Also ich habe vier neue Projektanfragen reinbekommen. Ich habe aber keins von diesen Webdesign-Projekten angenommen. Das ist natürlich ein Unterschied, ja, also es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts passiert ist. Das heißt, jeden Monat eine zu bekommen, ist schon mal ein, eine gute Statistik, finde ich, wenn du auch jetzt irgendwie an deine eigenen Konvertierungen denkst. Ich meine, es gibt zwölf Monate, wenn du jetzt zwölf Projekte hättest, wäre doch alles fein und es wäre super stressig und wahrscheinlich hätte zu viel, zu viel zu tun. Also jeden Monat einzubekommen, ist schon cool, ist schon auch für den einen oder anderen Luxus. Aber es ist ja nicht so, dass jeder von diesen Leads irgendwie toll ist, ja. Und genau das war auch bei mir der Fall. Ich habe jetzt drei Projekte in den Monaten abgesagt. Können wir gleich dazu, warum so ein bisschen. Und eins habe ich weitergeleitet und habe dafür eine 2000 Euro Vermittlungsprovision bekommen. Das ist auch was, was ich eben in der Vergangenheit mehr tätigen konnte, weil ich natürlich auch Designjobs und sowas weitergeben konnte, wenn ich die jetzt nicht bearbeiten wollte. Aber jetzt mit einer reinen Webflow-Umsetzung ist es eben so, dass es schwieriger wird wahrscheinlich, das zu vermitteln, beziehungsweise nicht schwieriger, aber dann würde ich es ja mehr machen. Und in der Vergangenheit ist es einfach häufiger so, dass ich, wenn ich es nicht so spitz zupositioniert war, dann kam natürlich auch ein bisschen mehr rein, auch für einfach eine komplette Website. Und das konnte man natürlich, weil das mehr Leute anbieten, auch viel leichter irgendwie mal weitergeben. Aber das ist jetzt nicht auch irgendwie was, wo ich drauf baue, sage ich mal. Diesen Vermittlungsbonus ist schon nice to have, wenn man da sozusagen wirklich nichts machen muss, bis auf eben diesen Funnel-Bauen erstmal über viele Jahre hinweg, den ich ja jetzt mir erarbeitet habe, damit überhaupt Kunden mich als relevant in dem Gebiet irgendwie ansehen. Und das muss man sagen, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie gar nichts reingekommen ist. Aber ich habe es eben nicht angenommen. Warum? Bis auf eine Projektanfrage waren alle Design und Entwicklung. Das heißt hier, meine Kommunikation ist wahrscheinlich nicht ganz so deutlich und auch nicht ausreichend genug, um hier irgendwie vorab schon meine Filter zu setzen. Und es kann mehrere Stellen haben, wenn wir uns das auch bei der Seite nochmal anschauen. Das ist ja so, dass ich hier zwar quasi davon spreche, dass ich hier ein toller Webflow-Entwickler und sowas bin. Und ich denke auch nach außen hin, wenn man jetzt auf YouTube vielleicht ein paar Sachen sich anschaut und so, merkt man auch, dass ich schon Dinge umsetzen kann. Aber es ist noch, wenn man jetzt die ganzen Projekte anschaut zum Beispiel bei mir auf der Seite, da sind natürlich auch jetzt noch Sachen dabei, wo ich Designleistungen erarbeite. Also das waren alles hier Webflow-Projekte, aber das hier zum Beispiel war ein reiner Designauftrag. Und der ist halt einfach immer noch geil und ich würde den auch immer noch gerne hier reinnehmen. Ich habe jetzt einen hier wieder rausgestrichen. Hier zeige ich noch ein paar Webdesign-Layouts. Also es ist noch nicht ganz so, das Paket noch nicht ganz so gut geschnürt, wie es wahrscheinlich ich machen sollte. Und ich hätte durchaus genügend Projekte hier einfach wirklich nur reine Webflow-Sachen zu zeigen. Aber es strahlt schon auch hier und da wahrscheinlich in Texten durch, dass ich auch eben Designarbeit gemacht habe oder auch noch anbiete. Und wer weiß, wo die Leute immer so auf meine Seite kommen und das dann vielleicht auch nicht hundertprozentig verstehen, was ich jetzt auf meiner Service-Seite kommuniziere. Aber es steht ja quasi im ersten Block schon, dass ich eben das Design geliefert bekomme und dann eine Webflow-Website daraus baue. Und das ist so ein bisschen das, wo man sagen muss, okay, vielleicht stimmt das einfach von der Kommunikation her im Allgemeinen noch nicht ganz, weil jetzt, wie gesagt, von diesen vier Projekten nur eine war, eine wirkliche reine Webflow-Umsetzung. Und das war auch ein Auftrag von einer Branche, von einem Projekt her, wo es einfach nicht so uninteressant für mich. Und deswegen habe ich das auch abgesagt. Und jetzt könntest du natürlich auch sagen, okay, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Luxus. Ich meine, du bist ja hier total gehoben und sowas. Aber das ist genau der Weg, wie er mich auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Wirklich auch mal Projekte zu bekommen, die 30, 40, 50.000 aufwärts sind und als alleiniger Webdesigner quasi zu bearbeiten. Und das war der Grund, weil ich eben immer ziemlich hart war, auch in dem Filter und was für Projekte ich annehme, weil ich mir dann auch bewusst bin, was dann in meinem Portfolio eben wieder gezeigt wird und wie das auch wieder ausstrahlt auf andere Kunden und so weiter. Und ich könnte natürlich von den Sachen einfach auch was bearbeiten, im Hintergrund das vielleicht gar nicht zeigen oder auch nicht kommunizieren, dass ich hier einen neuen Auftrag gemacht habe. Und sowas gibt es auch. Es gibt auch mal Projekte, von denen ich gar nicht rede oder von denen ich ein bisschen auf Patreon was erzähle, aber die im Prinzip auf meiner Website nicht vorkommen. Klar gibt es das auch. Aber es ist halt einfach so, dass ich, je mehr Projekte man annimmt, hätte ich jetzt von denen vier vielleicht eins angenommen. Das hätte mich wieder einen Monat oder sowas mit einbezogen. Dann wäre es einfach so gewesen, hätte ich mich in der Zeit nicht auf andere Dinge fokussieren können. Und das ist eben auch ein großer Punkt, warum man natürlich es auch mal aushalten können muss, zwei Monate vielleicht mal keine Projekte anzunehmen oder einfach auch mal was abzusagen, um sich genau den Dingen zuzuwenden, die eben wichtig sind, die man sich auch vorgenommen hat. Und das war eben bei mir ganz, ganz stark ein neues Projekt sozusagen launchen. Also das ist meine Webflow-Trickkiste. Können wir uns genauso hier einmal kurz anschauen. Die Webflow-Trickkiste ist quasi eine Sammlung an Webflow-Tipps und auch Tricks, die ich bei Kundenaufträgen nutze, um letztendlich viele Webseiten einfach nochmal auf, was Code angeht, einfach zusätzlich ein bisschen auf ein gutes Level zu bringen. Und hier gibt es ganz viele Vorlagen auch, die ich dir hier integriert habe. Genauso Clonables, die aber hier auch free sind. Die kannst du dir alle holen. Ich habe ja auch möglichst schnell immer versucht, ein Preview mit reinzumachen als Video, dass du dir das Ganze eben anschauen kannst. Und wenn du da raufklickst, kannst du dir die Sachen auch kopieren. Aber die ganzen Code-Vorlagen hier, die sind eben, ja, letztendlich hinter einer kleinen Paywall, die ich jetzt in Zukunft immer weiter wachsen lassen werde. Das heißt, das Ziel ist schon, da so über 100 Tricks mal irgendwann drin zu haben. Momentan sind es 29. Da geht es auch jetzt demnächst schon eben zu einer nächsten Stufe. Und dann werde ich da nochmal 10 weitere hinzufügen. Und das war eine Sache, die habe ich im September zum Beispiel umgesetzt. Ja, in einem Monat habe ich das ganze Ding gebaut, schon lange währenddessen einfach schon ein bisschen gefüllt und mir eine Tabelle angelegt, was ich da alles mit reinmachen könnte. Aber wirklich gebaut, alles zusammen, ja, mit dem Hintergrund quasi an meinen Bezahldienstleister angebunden, das alles hier aufzubauen, dass es auch SEO-friendly ist mit den ganzen Texten, wenn man jetzt hier reinklickt und sowas, dass es eben auch mal gefunden wird, dass es wirklich auch Probleme sind, die hier vielleicht jemand in Bezug auf Webflow versucht zu lösen, ja, dass man das eben auch auf Google findet. Das war schon auch natürlich eine Arbeit, aber das hätte ich natürlich jetzt nicht machen können, hätte ich einen Kundenauftrag dann im September angenommen. Ja, Juli, also September war sozusagen wirklich dicht mit dem Ding und dann habe ich jetzt im Oktober mir vorgenommen, auch meinen Webflow-Online-Kurs eben komplett neu zu überarbeiten, weil jetzt auch die Webflow-Conf eben draußen ist. Und das heißt, es gibt hier einfach viel zu tun, was auch meinem eigentlichen Ziel hilft, nämlich mehr Geld zu verdienen in dem Bereich Content Creation und einfach eigene Produkte, die ich veröffentlichen möchte. Und deswegen ist es nicht unbedingt so, dass es für mich, weiß ich nicht, total schmerzhaft ist, ja, diese vier Projekte abzusagen, sondern es ist in gewisser Weise auch wie ein Geschenk, dass ich einfach letztendlich auch sagen kann, okay, ich brauche diese Projekte nicht und es hilft mir auch, wenn wenig reinkommt, weil je weniger reinkommt, desto mehr pusht mich das, meine eigenen Projekte einfach voranzubringen. Und damit abschließend würde ich es heute mal gut sein lassen. Also einfach ein kleiner Einblick. Für mich habe ich das, glaube ich auch, dass ich zum Beispiel die Preise auf meiner Website ein bisschen vielleicht anpassen müsste. Ja, kann ich dir auch nochmal kurz zeigen. Da sind wir hier bei den OnePager 5.000 Euro, eine Website ab 14.000 Euro. So, und das kann natürlich auch sein. Eine Sache hier einfach mal ein bisschen mit rumspielen, gucken, kommt dann mehr rein oder weniger. So, es heißt ja immer noch nicht, dass das, was da reinkommt, du annehmen musst. Ja, auch wenn du jetzt sowas hier verfolgst. Aber wie gesagt, ich würde das eh nur denjenigen empfehlen, die einfach schon auch genügend Aufträge bekommen, dass man da einfach krasse Filter setzt. Ansonsten ist das natürlich eine Hürde. Und du solltest jedes neue Projekt irgendwie als Training versuchen, erstmal in den Call reinzugehen und das alles zu üben. Aber das hier könnte sein, dass ich hier einfach mal auf die 10 eher gehe und das hier vielleicht so belasse, aber auch mal auf die 10 gehe und das dann einfach ein bisschen reduziere. Genau, ich hoffe, die Einblicke waren heute interessant für dich und gib dem Video gerne einen Daumen hoch und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.